Mein hübsches Schwert, mein Regenbogenschwert. Yay. Ich bin noch toll. Ich hab jetzt auch eins, dank dir. Hurra. Gott, ich hab fast nur einen Handwerf. Gott, schon so spät heute wieder? Ja. Warum geht die Zeit immer so schnell rum? Das ist normal, wenn man Spaß hat. Das ist doof. Ja, das schon, aber das ist nun mal so. Okay. Oh, das sind diese Wappen. Haben wir hier drinnen eine Waffe? Na, hier drinnen eine Waffe? Ne. Nö, nö, nö. Nö, nö. 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 Ich hab hier noch nen Hammer gehabt. Hammer, Hammer! Hammer. Ach, ich hab noch ne ganze Kiste von Waffen. Nee. Die hab ich noch gar nicht durch. Tja, du dachtest, du wärst schon fertig. Ich hab noch ne Kiste. Warte mal, ich sammle jetzt erst mal die die Hämmer lief raus. So, ich hab erst die Einhand- Pistolen rausgesammelt. Jetzt kommen die zwei Hand dran. Und noch nen Hammer. Hammer, ich hab viele Hämmer. Das ist ein blinkender Hammer. Und der ist wieder von hier oben. Ich mach's mal die Kneide und die Sachen hier aus. Dann kommen jetzt hier die Schwerter rein. Mein Regenbogenschwert. So, die Etage hab ich jetzt sortiert. Jetzt kommt die nächste Etage dran. Gut, das kann gleich zum Verkauf. Poggo. Das nicht. Das nicht. Hm. Okay. Ich hab ein paar Waffen zum Verkaufen. Ich würd sie wirklich verkaufen, wenn die Sachen nicht wert sind. Ne, nicht mehr. Super, Tim. Hm, mit dem muss ich noch überlegen. Ich hab mal jetzt Schwertchen. Oh, die Kiste ist ja leer. Dann kann ich die abbauen. Das hat ein Ding. Ich hab noch ein Waffenstein. Ich hab noch ein Waffenstein. Mit. Mit. Nicht mit. Ach, schon wieder essen. Ne, die soll doch nicht mit. Nehmen wir mal diese. Es ist eine. Das Schwert wird verkauft. Das Schwert wird verkauft. Das Schwert wird verkauft. Das Schwert wird verkauft. Das nicht. Und das wird verkauft. So. Und das wird auch verkauft. So. Für die nicht verkauft werden, die müssen einsortiert werden. Pfff. 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 Lauf. Lauf, Pinguin. Lauf. Nein, kein Ball. Es gibt zweimal die gleiche Waffe, aber sie ist unterschiedlich. Ja. Also es ist wirklich gleich, nur erstens ist die eine blau, die andere grün. Die eine macht Eis und die andere Feuer. Ansonsten ist sie gleich. Und wieder Regen. Darüber kommt die Ruhe. Okay, Schwertchen. Okay, jetzt haben alle Schwerte sortiert. Ich hab grad mal die Schusswaffen sortiert. Ja, die ich ja vorhin schon ausgesortiert hatte. So, jetzt haben wir Ächse noch. Yay. Und Stäbchen. Stäbchen. Hm. Ich komm erst mal meine Stäbchen weg. Die kommen hier hinten hin. Ein Nexus-Kraker. Es ist beides der Slicer. Level 5, Level 5. Ne, ich bekomme 7000. Noch eine noch? Mhm. So, leider muss ich ja jetzt gleich aufhören. Ich auch. Ersten, ich bin total büde. Das bin ich noch nicht, aber ich muss mal wieder früher raus. Ne, ich auch. Aber ich bin echt irgendwie wieder... Aber ich bin halt auch schon so lange wach. Dann wird's wahrscheinlich daran liegen. Ich will nur meine Stäbchen alle noch dort sehen. Ne? Ein Hand. Ein Hand. Ein Hand. Dann kann ich morgen nämlich, ähm... Ich hab's aber gleich geschafft. Also, ich weiß noch, wo zwei Stäbchen sind, aber die sind da, ähm, wo sie sind, sind die da sicher? Okay. Okay. Na, ich hab die doch woanders hingepackt. Ähm. Ähm. Womit mach ich jetzt weiter? Mit was? Sortieren. Oh, ich kann nicht mehr sortieren heute. Nämlich Stäbchen, davon hab ich nicht so viele. Bei Schwerter hab ich ja wieder eine Hand und zwei Hand. Von den Stäben hab ich jetzt neun. Ja, ich hab neun Stück. Die Speere kann ich ja mit sortieren, davon hab ich nämlich auch nicht so viele. Ah ne, ich hab zehn. Ja, Tatsache, zehn Stück. Zehn Stäbchen. Zehn Stäbe hab ich nur mittlerweile. Boah, ich hätte nicht gedacht, dass das so viele sind. Naja, es sammelt sich einiges an, wenn man nicht immer sortiert. Das Ding ist, ich hab nicht mal mitgeküßt, dass ich überhaupt so viele hatte. Ich auch nicht. Wo ich aber gerade sehe, ich habe zwei doppelt. Ne, hab ich nicht. Die sehen gleich aus, sind aber unterschiedlich. Ja. Die unterscheiden sich durch ihre Werte oder Zahlen. Oder Elemente vielleicht sogar. Die Elemente, ne, die Elemente sind hier gleich. Electric Portal Level 5 sind beide. Aber das eine hat ne Highlink Zone und das andere hat ne Slow Zone. Okay. Okay, ich hab ganz viele kleine Schwerdchen. Dann hab ich die Waffe, die du halt stoppt, auch. Dieses, den Rocket Launcher. Ja. Hab ich zweimal. Habe auch zweimal den gleichen. Ne, ich hab nicht den gleichen. Der eine, der gelbe macht nur, macht 39,8 damage. Der Lila, ne, mit Eis nur 16. Oha. Und dann natürlich meine zwei schönen Schwerter. Und die finde ich toll. Ja, warum auch nicht. Na, die hast, den einen hast du ja auch. Ja. Schöne, bunte. Hurra. So, jetzt hab ich die alle hier in der Hand. Mal gucken. So, da hab ich das sortiert. Dann sortier ich die Stäbe da oben rein. Mal gucken, ein Stab. Das ist ein Stab. Ach, die sind da. Was? Das hat noch so'n Rocket Launcher? Okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich noch einen hake. Das ist jetzt gerade rausgekommen. Okay. Ich hab auch mehrere, die haben, einer hat Feuer, der eine Plasma. Das war ja der erste, den ich damals gefunden hatte. Das Ding ist, ich weiß gar nicht, was der anders macht. Ich hab nur 5 Stäbe. Ich hab 10. Einmal Level 3, Level 5. Nochmal 3, Level 6. Mal dafür Einhänder. Achso, die sind alle Einhänder. Okay. Es ist alles Einhänder. Nee, hier sind zwei Hände dabei. Der hat ne Healing Runde noch. Ach, bestimmt, hast du recht. Und der auch zwei Hände. So. Die mit den Slow Zones sind das dann. Ich hab ein Level 5. 5. 5. 5. Level 5. Level 4. Level 6. Level 4. Level 5. Level 5. Level 6. Und dann hab ich ein Elektroschocker. Muss man haben heutzutage. Klar. Wie ist mir grad aufgefallen, dass ich so eine Rocket Launcher und nochmal hab's in Orange. der aber gleich 44 Schaden macht. Okay. Und dann noch ein Granatenserfer. So. lasst du da kommen. Und dann dann die dann hast du schon die 15 zusammen damit wir die nächste mission machen können die 10 nein ich mache schon wir morgen schon hier aber jetzt mal wenn ich habe schon sechs tiere also ich habe das zusammen sobald ich das nächste mal dahin gehen können wir dann das einmal morgen gleich versuchten und ich mache morgen sobald ich um komm ich dann online macht es um die medizin und dann abweiter aber ich möchte mit reingehen in ein tor im münchen aber richtig ich schlafe gerade ich bin kaum noch gerade aus um die ecke denken hilft nicht um die ecke denken das hilft nicht mal mehr bei mir ich habe noch einen stamm gefunden wir hören uns dann so heute kann eh heute kann ich ich tatsache mal sagen wir wollen uns morgen tja also morgen abend kann ich auf jeden fall nachmittag weiß ich noch nicht das kann ich dir leider noch nicht sagen ich kann ja auch bloß sagen abends auf jeden fall vormittags nicht und nachmittags sowieso nach vormittag geht bei mir morgen gar nicht bei mir auch nicht morgen am vormittag bin ich unterwegs nachmittag kommt es drauf an wie es wetter bei mir ist ich habe keine also nachmittag muss ich ehrlich sagen weiß ich nicht weil ich morgen nicht weiß wann ich zu hause bin naja also wir halten dann erstmal abends fest und alles andere ist dann spontan quasi ja das ist denke ich die beste lösung in diesem in dem moment so genau wir hören uns dann morgen genau dann bis morgen und schlaf gut genau schlaf gut das war's halt ich muss noch was essen bevor ich aufwandiere sortieren scheinbar macht honger ja obwohl ich mach noch eins damit das nicht verloren geht pixel ich mach 2 mal 10.000 oha na dann hab ich halt 10.000 nochmal übrig und sicher verstaut weiß mal was passiert weiß mal was passiert ja dann hab ich noch 13.000 im inventar ich hab 200.000 205.000 ich hab 7.000 naja wieso wir können uns das geld ja teilen ich hab noch ein paar von diesen säcklein übrig kurz was sagen oder da sieben stück oder so dann sehen wir uns morgen erhören wir uns morgen genau genau bis dann ciao dann bis morgen gute nacht ja dir auch danke na ui na geh doch mal hoch jetzt ich muss mich nicht mehr leiden na da musst du hier bleiben jetzt ist ich da ja jetzt ist sie auch weg ok hab ich gar nicht mitgekriegt ich mach aber auch gleich schluss ich mach nur noch das inventar was ich jetzt hier gerade habe einsortieren dann ist auch ein hand dachte schon habe ich mich verlesen wollen und der da so so ich verkaufe noch die dinge die gerade im inventar haben sonst vergesse ich das morgen und dann mache ich auch schluss für heute und somit ist auch diese session dann beendet ein boss besiegt nein wir haben ja zwei bosse sogar besiegt cool so hauptspiele somit durch aber das macht nichts können ja jederzeit noch mit einem neuen charakter starten so spaß habe ich auch immer noch dran von daher irgendwann werde ich auch anfangen was zu bauen wenn ich nachher alles sortiert habe ich bleibe auch erstmal hier bei diesem schiff und dem charakter ja andere charakter gefällt mir besser aber das schiff ist von der aufteilung her hier dann doch besser ja ja na gut morgen sortieren wir dann das hier können also sein dass wir dann morgen das andere hier noch genau das wollte ich das gucke ich noch als letzten dinge wo muss ich dahin hier ja das heißt wir haben von den zellen jetzt 82 brauchen wir noch gut dann machen wir hier weil die kleine auch noch hier sind machen wir hier auf also ich wünsche euch dann auch eine gute nacht wobei wenn ihr das hier seht dann ist es wahrscheinlich nicht mehr gut nacht also bis dann und ciao es wird schon ein geht ich 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 es ich